hallo und herzlich willkommen im video training der firma riesen consulting mein name ist matthäus riesen und ich begleite sie durch dieses autodesk inventor training heute schauen wir uns mal an wie wir hier dieses teil konstruieren den link von der zeichnung habe ich wie immer in der video beschreibung verlinkt versuchen sie es vielleicht erst wie immer empfohlen selber anschauen sondern das video und so können wir das technische auge trainieren ich versuche ja wenn ich jetzt nicht irgendwie programmiert technischen teil einwirken muss im prinzip dass das so effizient wie möglich konstruiert heißt so schnell wie möglich das aber auch noch bei konstruktions veränderungen keine fehler kommen dazu muss man natürlich erst einmal das ding ein bisschen im kopf planen das heißt man mal ein bisschen anschauen nicht einfach wild drauf loszeichnen ich werde hier diesen rechten teilbereich zeichnen das heißt erst einmal die grund geometrien zeichnen und wenn ich dann den bereich habe dann spiegle ich das natürlich hier rüber und dann mache ich mit wandung hier von dieser eiswürfelschale diesen hohlbereich und ja so ist der plan dann wünsche ich ihnen schon mal viel spaß in den nächsten minuten und wenn sie was neues lernen würde ich mich natürlich freuen wenn sie das video kommentieren daumen nach oben geben und teilen und wenn sie vielleicht auch mal interesse haben an einer schulung schauen sie bei uns im schulungskalender vorbei auf der webseite hier finden sie wirklich sehr umfangreiche schulungen für inventor fusion 360 und autocad ich gehe jetzt gleich rein in meinen inventor starte hier mit einer standard ip t und wieder mit einer 2d skizze so dann ziehe ich das hier auf die breite hier ist 80 und die gesamtlänge ist 196 das heißt hier 196 geteilt durch 2 weil ich das spiegeln möchte und dann hier mache ich den mittelpunkt zu meinem ursprungspunkt bei der konstruktion weil ich möchte später an dem ursprungspunkt quasi spiegeln dann ist er nämlich auch in der mitte drin weil es gibt konstruktionstechniken da kann man über den ursprungspunkt sehr gut sachen positionieren in der baugruppe jetzt das gesamthöhenmaß ist hier 25 man kann sich da bisher zur hilfe nehmen wenn man flächen einfärbt zum beispiel hier ist der mittelpunkt ich weiß da möchte ich später spiegeln dann kann man hier zum beispiel dass sie gerade fläche bleiben sollte die fläche anklicken und kann hier einfach irgendeine farbe vergeben dann hat man vielleicht das ein bisschen einfacher dass man nicht irgendwann noch mal auf der falschen fläche konstruiert ich möchte nämlich an diesen anderen flächen hier die formschräge haben und weil halt wie gesagt da der mittelpunkt ist und an dem möchte ich später spiegeln an der fläche darf ich natürlich da vorne in dem sind keine formschräge machen die formschräge geht am schnellsten hier mit der flächenverjährung über diese feste ebene das ist die feste ebene und die flächen die wir hier anpassen möchten sind diese hier und wir möchten das nach unten haben als ein minus sechs grad und dann sieht man schon wie hier diese formschräge da eingefügt wird auf diesen drei flächen ok soweit habe ich jetzt die formschräge auch drin jetzt kann ich hier vorne einfach eine neue skizze machen auf dieser geraden fläche wo ich jetzt hier diesen teilbereich rausschneide das heißt ich ziehe hier einfach das so nach oben geht zurück hier mit gedrückter linker maustaste ziehe ich weg bis wenn er so das anzeigt da lasse ich die linke maustaste aus und dann klicke ich hier hin dann muss ich da noch das tangential manuelle hinzufügen und jetzt positioniere ich das hier der mittelpunkt sollte auf dem mittelpunkt sein genau das soll unten raus geschnitten werden und dann haben wir hier von der konnte zu der fläche hier also zum mittelpunkt 4 wir haben hier die sache von den radios von 1 jetzt mache ich hier vertikale ausrichtung von dem mittelpunkt zu dem mittelpunkt hier dann ist es schon mal hier vertikal ausgerichtet und dann kann ich jetzt hier noch die schräge von 6 grad einfügen und die skizze ist vollständig bestimmt das heißt keine geöffneten freiheitsgrade mehr und jetzt kann ich hier hingehen und konnte es da so durchziehen und am besten wenn es immer durchgehen sollte nicht einfach nur pi mal daumen durchziehen sondern hier durch alles einstellen dann geht es auch wirklich immer durch jetzt wollen wir hier gleich mit dem hier ich könnte natürlich auch einen skizzenblock machen die gleiche skizze verwenden aber das brauche ich jetzt nicht möchte jetzt wirklich effizient zeichnen hier eine neue skizze und mache hier einen punkt und richte diesen punkt hier aus aufpassen als horizontal wird jetzt vertikal weil die skizzen beziehungsweise hier die ansicht verdreht ist dann muss ich hier vertikal nehmen und dann zack und dann habe ich von vorne hier einen drehpunkt von 14 x 28 ist die aussparung von aussparung zu aussparung 28 ich zeichne nur die hälfte deswegen 14 und jetzt muss ich hier mir an dieser sogenannten hilfskizze die ich gerade erstellt habe da eine achse generieren an der fläche an dem punkt hier weil über diese achse kann ich jetzt hier drehen das heißt hier jetzt runde anordnung oder auch polare anordnung wie sowas auch betitelt wird dann gehe ich jetzt hin hier sagt diese aussparung hier und wähle meine drehachse hier und sorge zwei stück auf 90 grad man gibt immer die gesamtanzahl ein und macht hier jetzt ok so dann blende ich hier meine sichtbarkeit der skizze und der arbeitsebene aus nicht löschen weil dann löscht man die referenz also hier diese runde anordnung das geht natürlich jetzt nicht durch weil wir hier diesen großen teilbereich hier noch drüben haben und das kleine ist hier unten deswegen einfach hier hingehen auf fläche löschen diese fläche und er soll die restflächen korrigieren und dann geht es hier jetzt auch sauber durch und jetzt kann ich hier gleich die anordnung machen weil wir brauchen das dreimal auf die seite im abstand von 28 das heißt hier rechtdeckige anordnung und zwar diese sache und dieses löschen dann hier die richtung die richtung ist einfach hier anhand von dieser kante wir brauchen drei stück auf 28er abstand ok dann geht es hier auch so durch jetzt mache ich hier gleich noch die abrundung von den ecken das heißt radius 10 also hier füge ich gleich den radius 10 ein ok dann habe ich jetzt diesen radios ihr könnt natürlich auch hier bei rundung gleich hingehen einen neuen satz bilden dann könnte die anderen sachen auch so abrunden mache ich aber persönlich lieber gerne aus mehreren arbeitsschritte weil wenn ich später irgendwie was noch anstellen möchte programmiertechnisch dann geht es so besser jetzt muss man ein bisschen abrunden wir haben unten einen radius 2 eigentlich komplett hier das heißt hier einen radius hier da das 2 hier auch dann da auch davon denn nicht weil da möchte ich spiegeln so haben wir das unten auch eigentlich hier da 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 könnte ich auch die die fläche und klicken im prinzip wäre auch möglich und hier unten eigentlich auch hätten wir auch vorher machen können also vom anordnen dann hätte ich leider ganz ein bisschen weniger arbeit aber ist jetzt kein problem so alles drin hier da brauche ich auch noch was die sache es sieht jetzt einmal gut aus das heißt hier 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 und ok so und das heißt jetzt habe ich hier diese sachen schon fertig die vertikalen die können wahrscheinlich auch noch genau hier nochmal reingehen und sage hier nochmal da 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 leider kann ich nicht sagen dass ich die das ganze modell abrunden könnte weil hier kann man das ganze modell abrunden weil es ist nicht überall ein zweier radius bei guss teilen kann man das meistens sorgen weil das oft der gleiche radius drin so jetzt sieht es gut aus das heißt jetzt habe ich hier damit die radien drin hier komplett passt und jetzt kann ich hier schon mal das teil spiegeln wenn man das hier entfernen möchte muss man aber nicht aber das kann man auch hier machen löschen und zwar das da und ok jetzt habe ich hier diese diese flächen färbung im prinzip wieder deaktiviert also gelöscht und jetzt kann ich hier sorgen spiegeln und zwar volumen körper spiegeln spiegelebene ist hier und mach ok und schon habe ich das hier auch komplett so jetzt eine wandstärke von wo haben wir es von einem millimeter überall das heißt hier wandung und ich möchte hier einfach eine innenwand stärke haben von einem millimeter und mit fläche entfernen nicht darauf klicken aktiviert muss das da hier deaktivieren und ok und schon habe ich innen drin hier diesen kompletten bereich hier sauber ja mit einer wandstärke versehen und jetzt brauche ich hier oben noch ein radius von 0,5 das heißt hier hingehen da gibt es jetzt wie gesagt hier konnte dann rundung ich weiß jetzt auch nicht ob jetzt dieses neue abrunden oder teilweise die neuen fenstern besser sind wie die alten ja denkt mir öfters im prinzip ich weiß nicht also ich finde es manchmal wirklich über also umständlicher hier 0,5 16 konnten so passt ok und schon haben wir hier dann oben diesen teilbereich auch mit einem 0,5 radius abgerundet dann sind wir eigentlich mit dem teil schon wieder fertig dann hoffe ich sie haben was gelernt bis zum nächsten mal ciao